willkommen zu bilden master ich meine videos gefallen ist mir noch ein kommentar ich würde mich freuen ansonsten ich war meine videos kommen erst mal im baum hier wieder so schön 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 drehend ich mich mit kleiner klar warum nicht ich habe schon fast alles fertig noch hier will man schon so ist klar weil es mir hier fusionieren ich habe schon die nächste ab jetzt schon wieder wechseln das war hier gutes trainer ich habe jetzt auch neu ich glaube ich habe ich ihn bekommen ich glaube ja der heißt noch mal wie uhr knallstein nummer 30 wir kommen ja noch mein gott wir haben auch mit dem letzten update welche zu gepackter moment event falsch 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 ist egal da habt da habt ein bisschen auf meinen ohren ach so ich habe auch schon wieder eine stufe weiter gemacht wo ist die zehn nach eben hier benutzen mineralen stufe erhöht gottes spitzhacke genau 15 auch die 10 ex für genau das war schon y da ist ein bisschen aber schon auf 15 ja nicht schon merkt bisschen bis bis 20 jahres länder immer davon aus keine ahnung weiß ich nicht gasten bin ich auch er hat manchen hier sternfresser drache das heißt ja da alle fachst du nicht weil es in dieser woche so bestimmt schaffen habe ich die zweiten in den dritten durchgang auch durch 13 durchgang ob der vierte hier bin ich jetzt ich will euch nicht voren zu halten wo ich aktuell stehe bei 1981 in 3000 haben wir nicht geschafft noch nicht da habe ich jetzt bei der hälfte genau ich krieg den halb runter das war es dann erst mal mehr haben wir nicht geschafft er wird er gleich sehen sei kein thema heißen sie so durch der gold brauche ich jetzt ungefähr 24 da kann ich den nächsten machen meistens ist ja dass man ungefähr fünf bis sechs mal mehr braucht als davor dass man es als man aktuell gebraucht hatte für eintrachen und mit der 56 mal mehr aber einmal habe ich gehabt der brotchen nur drei oder vier mal mal so viel ganz komisch ja die kreis gleich auch hier für die dinge da habe ich auch wieder einiges gemacht 2 1999 oder fast 3000 teilweise um mich ausnahms wie er hier guck mal auf ob man auch solche ideen verstehe es nicht er sieht aus wie ein lego aber darf den die figur nicht leben also hier darf man nicht leben ja es ganz komisch gibt ja mal gestern wieder angeschaut zum beispiel hälte steine zum beispiel gibt es schon ein oder andere der außen verkauft ja jetzt nicht von lego mittlerweile auch schon andere firmen die auch lieben wissen nicht einmal klemm bausteine genau herstelle man darf sie aber nicht leben denn bald ego hat das patent doch auf den namen und auf die 3d modelle steine den rest haben wir nicht mehr das heißt man kennt man kann jetzt jeder kann jetzt die klemmbausteine ich leo klemmbausteine herstellen ins sets verarbeiten und dann verkaufen gibt es mittlerweile reichlich firmen ganzen haufen von also auch aus deutschland die blu briggs zum beispiel auch aus deutsch aus krefeld habe ich ja so gesehen nur hat die darf man nicht leben ist so wie mit der mit den tüchern wer sagt man ein tischentuch hat das ein tempo ist eigentlich eigentlich eine tange marke mal die tempo zb oder c war geht ein kinder eigentlich ja hier ja leo ist ja noch ganz anders und die für die lego versucht sie noch so klein händler aus dem verkehr zu drängen nicht eine riesen spannerei wir sind vor allem von zwei die schon mehr viele videos auf youtube gemacht haben die erzählen davon ihren erfahrungen damit sie werden wahrscheinlich von lego stück aus dem geschäft gedrängt auf ihre eigene art und weise grauenhaft dass man am besten hält der steine thomas punkte hat schon ein paar mal gesehen stellt immer verschiedene lego sets vor zählt auch was gut und was schlecht ist was lego auch noch gut macht was immer seltener wird und immer teurer wird und was wir schlecht machen ja nur so nebenbei euch interessierten also lego ist wirklich sau teuer geworden richtig richtig teuer dabei landet auch teilweise die qualität aber nur nebenbei falls das luft dran lust drauf hat sollte man nach soja hier kann die haben alles schon haben fast alle fällig wir sind noch die vier haben diese kralle dann habe ich die reihe auch fertig immer bei der nächsten das ist die miss mit trillen clown genau ich habe schon im mondstein clown es kann mit messen ab jetzt kann man glaubt jetzt zwei krallen dazu aber sie hätten schon fast fällig wir haben da was neues wieder gemacht wenn man sich zwei neue krallen kann dazu aber ich kann nicht mehr so genau aber immerhin die entwickler spielen immer weiter das ist mal was schönes müssen jetzt weiter durchschauen hat dauert noch ein das war genau dritten haben wir fast fertig und der aufstieg eine sind sie noch zwei moment im moment gucken ob noch mehr kommen mal abwarten also mir gefällt das spiel immer noch sehr gut mache es sehr gerne nebenbei natürlich ne ja lässig aber jetzt war später irgendwann mal hatte fakte ja genau habe ich 268 zum blau geworden ab 20 blau sieht aber leider auch 2000 glaube ich 2000 hier von den grünen steinen glaube er hat 23 noch weiß ja zwei stück aber auch schon 23 blaue wird das todsensee ist auch weiß und heilig schild 89 naja gucken wann die mal steigen mal gucken ok leute wie sah manchen ist hier für das leute habt ihr alles gesehen bin bei 3000 fast geschafft fast immerhin ja gut was da noch so kommt wie dann so die ganzen welt heißen gibt ja mindestens 5000 haben wir ja auch schon auch schon erhöht auf 5000 aber sehen mal sehen man sie immer stück für stück kommt zeit und gerade beschreibt die tat ok hat der meinte ist nicht lust und sehen wir uns die nächsten folge für uns mal drücken master bis dahin schön